Hallo, ich bin Nastasia, ich bin 17 und komme von Cham. Ursprünglich bin ich aber von Serbien. Ich gehe zur Zeit in die Kante in Zug und bin in der 5. Klasse. Aber was ich nach der Kante mache, ist noch unsicher. Ich habe mich hier angemeldet, um zu schauen, ob wir Modellen Spass machen würden und wie ich mich dabei fühle. Bis jetzt gefällt es mir sehr gut. Wer am Schluss gönnt, das liegt natürlich an euch, aber ich würde mich sehr über eure Stimmen freuen. Tschüss zusammen und bis an der Zugermesse.